Zucker Junkies, Folge 133. Hallöchen meine lieben Zucker Junkies. Heute machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Und zwar alle, die ja meinen Podcast ein bisschen verfolgen, wissen, dass ich damals mit der Diagnose 2005 aufgehört habe, mit einigen Sportarten, wie zum Beispiel Tauchen, Klettern, Joggen, Fahrradfahren. Gut, Fahrradfahren war noch nicht so aktiv wie dann danach. Ja, jedenfalls schreiben wir das Jahr 2020. Es ist also ein bisschen her. Da war es zu einer Zeit, wir gehen sonntags immer ein bisschen sporteln. Mein Schatzi mehr als ich, aber ich bin irgendwie immer ab und zu auch mal dabei. Ja, auf jeden Fall kam da mal das Thema auf. Hey, lass uns doch mal bouldern gehen. So, jetzt muss man natürlich wissen, bouldern, klettern, free climbing, solo und so einen ganzen Kram. Und da gibt es so ein paar Begriffe. Wir machen es mal einfach. Klettern geht einfach senkrecht mal Stein nach oben mit Seil. Oder nennt sich auch free climbing. Und bouldern ist ohne Seil, ungesichert, auf einer, sag ich mal, optimalen Absprunghöhe. Wobei bei einigen bouldern die Absprunghöhe Definitionssache ist. Naja, egal. Ja, jedenfalls fand ich das auf einmal ziemlich geil und sag, hey, ja krass, ja, ich mach Triathlon und Downhill und so einen ganzen Kram, Mountainbike. Aber auf die Idee, mal wieder klettern zu gehen, beziehungsweise mal einfach nur mit dem Bouldern anzufangen, also sowas auf zwei Meter Höhe, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ja, gesagt, getan. Wir haben dann hier in der Nähe bei uns im Ort gibt es eine Boulderhalle. Dann sind wir da mal hin. Und ich habe das ganz klassisch einfach gemacht, wie ich es halt immer mache bei irgendwelchen Sportarten. Ich habe meinen Blutzucker ein bisschen nach oben gedrückt, also die Pumpe reduziert. So ungefähr eineinhalb Stunden, glaube ich, vorher habe ich meine Pumpe mal ein bisschen reduziert. Muss man natürlich sagen, ich fahre ja in Closed Loop, deswegen ist das easy peasy. Da sage ich einfach nur, ich plane die nächsten Aktivität, dann fährt das Ding schon mal Richtung 140. Meistens stelle ich es aber auf 180 ein. Naja, dann ging es da mal los. Dann haben wir uns in die Wand geschmissen und sind da ein bisschen rumgekraxelt, so irgendwie um die zwei Stunden rum. Ja, gefühlt waren es vielleicht drei, vielleicht auch vier, wer weiß. Jedenfalls, naja, ich hatte nur dicke Unterarme. Das wusste ich ja, dass du beim Bouldern, beim Klettern an sich sehr, sehr arg die Unterarme beanspruchst. Und ja, aber das war eigentlich nichts, wo ich gesagt habe, boah, ich bin total im Arsch. Und ja, was soll ich sagen, danach hat es mich aber elendslang in den Unterzucker geknallt. Ich habe, glaube ich, zwei Flaschen Apfelsaft, also wir reden jetzt hier von so um die Flasche 300 Milliliter, 330 oder was das da ist. Also ich habe über 600 Milliliter Apfelsaft intus gehabt und dann ging das so einigermaßen. Ich habe, währenddessen, wie ich das gemerkt habe, habe ich auch mein Blutzuckerziel auf 120 hochgesetzt. Normalerweise habe ich immer 100. Und das war echt, echt eine Nummer. Und da habe ich wieder eins gelernt. Also du darfst bei Sportarten, die du nicht kennst, einfach und du denkst, war ja nicht anstrengend, einfach deinen Körper nicht unterschätzen. Der sagt sich halt einfach, für mich war das aber anstrengend und ich habe einen Muskelaufhöleffekt. Und das war so unglaublich. Das war so ein Augenöffner und den wollte ich einfach mal mit euch teilen. Und vielleicht auch noch ein paar Tipps für alle, die sagen, boah, geil, bouldern, das will ich auch mal. Also gebt einfach nur mal irgendwo im Internet in der Suchmaschine ein. Boulder, Kletterhalle, irgendwas, da findet ihr immer irgendwas. Könnt ihr einfach anfangen, kannst dir die Kletterschuhe dort ausleihen. Kriegst auch so einen kleinen Kalkbeutel, Chalkbag. Und dann könnt ihr auch schon loslegen. Ganz wichtig für alle, die Pumpenträger sind. Seid nicht so dumm wie ich und versteckt eure Pumpe hinter. Hinten an der Hose habe ich so einen Reißverschluss oder so eine Sporthose. Habe ich die Pumpe reingemacht. Und wenn du halt boulderst, springst du ab und zu mal runter. Und ab und zu haut sich halt auf den Hosenboden vor lauter Schwung. Und dann knallt sie mal auf die Pumpe. Es ging immer gut, tat nur scheiße weh. Aber viel schlimmer wäre es gewesen, wenn die Pumpe im Arsch gewesen wäre. Oder ich hätte den Connector vom Katheter kaputt gemacht. Oder wie auch immer, auf jeden Fall wäre es scheiße gewesen. Dann für alle, die Sensoren tragen. FGM, CGM, whatever. Ich persönlich habe den Empfänger bei mir. Den habe ich bei mir einfach seitlich in die Hose gesteckt. Du kannst einfach hier irgendwo, sag ich, so ein bisschen in die Hose reinpacken. So an die Hüftseite. Das war super. Hat auch prima gut funktioniert. Idealerweise nimmst du aber einen sogenannten Flip Belt. Verlinke ich in den Show Notes. Flip Belt ist nichts anderes wie so ein gummiartiger Gürtel mit lauter Schlitzen. Und in diese Schlitze kannst du alles mögliche reinstopfen. Auch die Pumpe zur Not. Dann drehst du das ganze Ding wegen mir auf den Bauch. Und jetzt kommt der Name Flip. Du drehst das um und dadurch sind diese ganzen Schlitze verdeckt. Hat den Riesenvorteil. Du hast jeden Klimpim. Du kannst auch, ich habe ja immer so Gummibärchen bei mir. Du kannst also deine Gummibärchen verstecken. In den meisten Kletternhallen, wenn sie nicht allzu riesig sind, kannst du auch irgendwo am Rand einen Apfelsaft oder irgendwas Flüssiges auch bunkern. Das geht ja auch. Nur du solltest es natürlich auf gar keinen Fall unten an der Wand irgendwo hinstellen. Das wäre ungünstig. Ja, und jetzt immer schön daran denken, den Blutzucker nach dem Klettern im Auge behalten. Am besten bei einer Insulinpumpe reduzierst du deine Basalrate. Und wenn du ein Penner bist und Insulin spritzt, reduzierst du ein bisschen das Insulin. Spritzt vielleicht nur die Hälfte zum Essen. Oder wartest halt einfach. Lieber korrigierst du einen Überzucker, als dass du einen Unterzucker kriegst. Und jetzt habe ich noch eine Theorie. Alle, die ja jetzt den Blog gelesen haben, da steht ja irgendwie Klettern, Bouldern und warum Michael Jackson doch lebt. Habt ihr schon mal bemerkt, dass Michael Jackson abgetapete Finger hat? Alle, die jetzt klettern, wissen ganz genau, ja man, abgeklebte Finger. Alter, der klettert. Richtig, meine Theorie, der ist gar nicht tot, sondern der hat einfach eine unglaubliche Show abgeliefert. Warum? Weil er einfach gesagt hat, leck mich. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Klimbim. Ich klinge mich aus, gehe ins Yosemite-Tal, klemme mich in eine Ritze und lebe einfach jetzt dort und kletter den ganzen Tag. Ich haue mal so ein Bild in meinen Blog, damit ihr wisst, was ich meine. Oder ihr schaut euch einfach das YouTube-Video an, dann fähle ich das jetzt auch gleich rein. Ja, auf jeden Fall, Michael Jackson lebt in meinen Augen, weil der klettert nämlich im Yosemite-Tal, die alte Socke. In diesem Sinne haben wir ein bisschen wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.